Und das ist, glaube ich, die schwerste Challenge, die ich in dieser Reihe haben werde. Heyho, meine lieben Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge von den Minecraft Skywars Challenges. Und Leute, wir werden jetzt sofort mal in die Runde gehen. Bis gleich. Leute, jetzt kommen wir mal zur Challenge. Das wird einer der schwersten Challenges sein. Denn ich darf nur rückwärts gehen, was ein bisschen problematisch wird. Und das ist, glaube ich, die schwerste Challenge, die ich in dieser Reihe haben werde. Alter, wie das aufgebaut ist. Ich darf nicht nach vorne gehen. Besser problematisch auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall eine sehr komische Runde werden. Und ich weiß nicht, wie ich Leute attackieren soll. Wird sie wirklich? Nio, nio, nio. Ich wollte das eigentlich noch mit jemand anderem machen, weil der hat nicht so wirklich viel geschlafen. Ähm, da wäre es vielleicht sogar noch lustiger geworden. Aber einer rechte Hust. So, wer hat diesen Vorschlag gemacht? Sorry, das war dann nicht absichtlich. Wer hat diesen, wer hat diesen Vorschlag gemacht? Es war, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, aber ich werde ihn jetzt auf jeden Fall einblenden. Der hat diesen, äh, ja. Der hat diesen Kommentar geschrieben, diesen Vorschlag gemacht. Ähm, das ist zurückwärts gehen. Das ist zurückwärts gehen. Ähm, ich drücke nicht, kein W. Ich darf halt keine W drücken, könnte man auch so sagen. Die Challenge könnte man auch so nennen. Wir dürfen kein W, aber es ist echt geil. Man muss sich mal das vorstellen, ob überhaupt, wenn man so trinkt oder so. Bäm, zack. Da oben sind Leute. Gehen wir mal schnell dorthin. Leute, habt ihr schon einen Star Wars, äh, 8, äh, Film gesehen? Der ist ja vor ein paar Tagen gekommen. Ich werde ihn mir heute anschauen. Geil, ich bin ganz gespannt, wo ich nicht gefangen sein will. So, bam. Gehen wir mal wieder schnell zurück. Dort nach oben. Alter Digga, das ist richtig schwierig, Alter. Ich frage mich gerade wirklich, wie ich das, äh, wie wir das machen werden, wenn ich, ähm, wenn ich kämpfen werde. Denn im Kampf wird das ja richtig schwierig. Ich darf doch nur stehen, Alter. Ich darf die W-Taste einfach nicht berühren. Wow. Ja, oh Gott. Okay, so ist es nicht mal so wirklich schwer. Ich darf, ich hab's ein bisschen unbenannt. Denn nur nach hinten gehen ist ein bisschen problematisch. Ähm, denn wie sollte man nur nach hinten gehen, bitte? Kann mir das jemanden verraten, Alter? Wie soll denn das gehen? Ich darf nur S drücken. Das geht ja fast kaum. Okay, da war nichts. Ich darf auch wie erst mal W, ähm, ich darf nur W nicht drücken, so könnte man das nennen. Hm, ich hab kein, so wirklich guten, kein Essen. Leute, das war ja gar nichts. Das habt ihr nicht gesehen, Leute. Das habt ihr nicht gesehen. Bam, bam, bam. Da gibt's nichts zu essen. Ich darf nur nach hinten gehen. Okay, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Bis gleich. So, Leute. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da und vergesst nicht, die Vlogs zu aktivieren. Und, Leute, schaffen wir die 10 Likes. Das würden wir auf jeden Fall freuen. Und dann sehen wir uns in der Runde wieder. Bis gleich. So, jetzt sind wir in der Runde wieder, wie ich immer, mit der Challenge. Verstehen nicht, wie ich das schaffen soll, Leute. Muss ich immer so machen, dann muss ich mich umdrehen. Ich weiß zum Glück, wo die ganzen Kisten sind. Das ist schon ein Vorteil, wenn man das halt gespielt hat. Dann ist das schon ein Vorteil. Also, ist ja überhaupt irgendwer. Ich darf, ähm, Leute. Diese Challenge ist auf jeden Fall ganz nice. Aber das ist wirklich die schwerste Challenge, die ich jemals hatte. Ich weiß nicht, wie ich das anders machen soll. Ähm. Äh. Ich hasse es. Ich hätte nichts machen können. Ich hätte entweder stehen bleiben können oder ich töten. Getötet werden. Leute, das war's mit dieser Challenge. Ihr habt's gefallen. Wenn ihr das gerne da unten habt, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu abonnieren. Und vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben, welche Challenge ihr haben wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis bald, Leute. Ciao.